Schauen wir uns die doch mal an. Wir kennen sie ja schon. Ach, da kann man gerade auch was. Da ist ja out of order. Alles klar. Da kann man jetzt ja das Schiff mal endlich looten. Hm, und die haben es ja hier alle gut geschafft. Ne, kann man nicht. Och Leute. Was ist da drin? Hast Toren gewandt, oje. Da ich Teil von etwas so wunderbaren bin, lässt mich meine Programmierung vor Aufregung platzen. Hurra! Holzmann. Die strukturelle Integrität dieses Schiffs ist unterhalb der empfohlenen Werte. Und Papalapa wird bestimmt funktionieren. Hm, bis auf die Mistage. Ich will, dass ich jetzt hier diese Kabine benutzen darf. Polizisten so mal. Aber... Das war's dann auch. Ich darf hier nichts benutzen. Äh, nichts benutzen. Nichts klauen. Das ist eine Frechheit. Okay. Wie spät haben wir's? Hm. Mittags. Okay. Dann gemessen. Dann nicht schlafen. Aber hey. Wir können uns jetzt das nächste Abenteuer aussuchen. So. Wir räumen erstmal hier ein bisschen bei den sonstigen auf. Räumen wir das Drinksgelinde frei. Wir suchen das Museum Nexerei. Und die machen wir auch. So. Dann haben wir jetzt noch was zu tun. Machen wir alles heute noch. Und dann... Ja, was heißt heute noch? Es wird wahrscheinlich ganz komisch geschnitten. Aber... In dieser Aufnahme... Runde. Wie auch immer. In dieser Aufnahme... Na? Lade doch mal bitte schneller. Wir sind so ein bisschen. Das wär echt nett. ein kleines bisschen schneller danke okay wir sagen wir fangen mit dem trägstländer an das ist hier ich einfach hoch latschen wir latschen hier hoch das sieht angenehm aus jetzt muss ich gerade lesen was da steht aber zu spät die richtung hinein nennen es helle keine ahnung ohne bläfliege kannst du gleich mal weg bleiben irish pride werft hier sind können wir uns auch angucken das sollte man angewiesen schratt verkaufen warte hinter waffen ob er nicht munition dafür acht schuss das hält nicht lange das ist ja auch eine schrubflinte oder die tschau ja nicht so spannend hier ne das ist ein alter kahn aber liegt was drin können wir darüber zurück okay wir haben wir anlauf 19 kronkorken springen wir gleich ins eckige dreckswasser hier rein aber nur kurz okay gut hier geht es in die werft rein also wieder ein ladebalken beziehungsweise kein ladebalken aber das klingt ganz schnell das klingt ganz schnell hm 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 bobross bester schwarz gebrannter knochen der rechten hand die möchte ich ja ich weiß noch nicht wofür aber die erscheinen hier sinnvoll was hat ein fleisch kann man auch immer super habe ich knochenringland in kaputt das bedürfnis hier drin zu schleichen ich weiß nicht warum danke geschafft klingt nach kakerlaken das klingt noch schlimmer als kakerlaken ansonsten sieht es hier echt gut aus hast nichts kaputt hier wer spricht da hier haben sie wieder so ein icke vieh das sind träume aber ok hier ist nichts brauchbares immer noch oben oh und ich bin zu blöd naja gehen wir halt hier unten lang und da haben wir noch waffe oder das ist schon mal gut kann ich nehmen sicher hat der typ hier wahrscheinlich zu viel genommen vorsicht oh ähm ciao passt der hier rein wenn rory euch an holt dann nur weil er euch liefert braucht er richtig viel schaden ja ja das soll diese waffe haben gut dass er meinen hund ignoriert jetzt verwischt er sich jetzt verwischt er sich komm zurück komm zurück hey arschkopf so und du hast nur meyerlockfleisch da drin heist dich zusammen und er wiederholt sich dann und das nervt aber egal dann sind wir hier genau hochspezifisches werfzeug na lass mich raten hier unten jawohl alles voll mit den eiern ach verdammt okay schaden sieben gewicht viel weg gewicht noch mehr weg hm schmeiß ich noch weg komm da kann ich hin jetzt habe ich so keine zementsecke mehr ein also ich höre nicht mehr so da also können wir hier noch klein füchern gefahr und da kommt ein stinker ach füchern und hört nicht wo sie herkommen irgendwo unter mir hm 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 oh hm 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 warte mal warte mal mayerlock sie waren auch hier gegen mega anfänglich ach wenn ich treffen würde Oh, die hat leider nicht so Oh, gleich haben wir ihn Tja Er hat ne Scheele dabei, ok Sollen wir da unten rumlaufen? Ach, das ist mein Hund, ok Und doch nicht Wo ist der, Dudi? Da ist noch ne Tür, gehen wir da mal rein Ach, kommen wir's Ok, da ist er nicht dran Nicht, der ist hier irgendwo Da möchte ich nämlich gar nicht runter Oh, guck an Das ist schon ein Körbe Er hat mit einem Teddybären Schach gespielt Ist ja süß Ok Da sieht's auch gut aus Wo ist der Typ? Wenn Romy euch anbrüllt Dann nur, weil er euch lieb hat Er ist fertig Vielen Dank.